hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge 7 days of the day mit dabei ist der legolas servus wir sind hier noch schön dabei noch die kleine stadt hier auszublündern ich bin hier in einer schule drin aber mit der chance dass ich hier irgendwo ein buch finde oder beziehungsweise bücher ja sieht sehr schlecht aus ich hoffe nur ein stück ich hoffe nur auf der schuhtoilette gibt es eine waffe aber auch nicht naja also in der heutigen zeit müssen halt die kinder auch bewaffnet sein gut wenn es amerika ist dann sowieso naja das stimmt die tickt noch eh nicht mehr ganz sauber so was haben wir denn hier noch sehr schön hab die küche gefunden ich hab schon wieder kalt ja mir wird auch schon wieder eisig kalt habe ich mich doch nicht verhört toll toll kaffeebohnen ich brauche futter futter so warte mal äh tanken hier mhm tolle farbe äh brauche ich nicht was denn farbe äh ich auch nicht vielleicht eh nur pink diesen kasten hier oder wie ja ich glaub das ist ja hab dich gefunden ah mülleimerpatronen die nehme ich doch gerne mit wenn nimm sie mit ja so ja nee ich hab grad einen platz gesucht ob ich selbst wollte ich nicht was dann gemmelt ist komm schrauben federn kommen weg kennelge parts hebe ich auf lecker parts stoff fetzen weg leder weg jar of honey holz holz so was ist hier drin nix oh essen quest für zu zerstören okay so aber ansonsten ist hier nix sind immer interessante dinge im mülleimern ja ja da finde ich immer patronen hülsen mhm davon haben wir genug vorerst aber man kann nicht man kann nie genug haben eben wir hatten so blöden schreiblich dahergestellt ja die wollten sich beschützen äh schützen oh bauplan scharf schützengewehr habe ich aber schon gelesen hast du das schon äh ich weiß es nicht äh irgendwie nachgucken können ja das fehlt wirklich dass man die sachen könnte mal nachschauen dass es also die funktion fehlt was man alles gelernt hat beziehungsweise mhm die ganzen bücher äh hab ich ne ah ok zieh einer mal an aha ein soldatenzombie ah ok der hier in der schule da wollte man die schulband drücken ach so ein level 17 jawohl ach noch ne nachtsichtbrille brauche ich nicht redenwerfer schacht einfach mitnehmen ja ich guck schon wie ich sie unterbringe ja du hast du dein motorrad ja ja da muss ich aber erst wieder zurück rennen was ich hab meins immer mitgenommen egal wo ich bin ja ich hab das ja auch aber da muss ich erst wieder raus rennen oh buch jagdmesser hab ich schon gelesen das habe ich glaube ich auch schon wieder Handschuhe level 40 sehr schön schon wieder pistolenbuch oh Gott oh nein was ist denn das der dort zeug spucken und so oh ne die gefällt mir gar nicht oh das sind die polizisten kann das sein ja ja das sind so dick wenn sie die explodieren können oh nein gefährlich ja die sind gefährlich das stimmt ja ja die sind sau gefährlich ja gut du hast doch ne waffe ja ich hab ne waffe glaubst du was die aushalten ja auf den Kopf schießen ja ich um den Kopf schieße ne ja versuchen ja da kommt er ja oh schwarz der polizist oh der rippst da rum wie saubär du oh hast du mich jetzt erschrocken oh ne der hat mich mit einem Schlag hier gemacht ey wut ja der hat mich in die Luft gesprengt irgendwie äh ok hatte keine Ausdauer mehr und ja ja der war so kurz am frieren gewesen holle scheiße war wieder tot wo hast denn du gelegen ungefähr erste Etage vor der Tür da wo mein Motorrad steht vor der Tür ok ja vor der Tür hinter Tür wenn überhaupt ja wo denn jetzt da vor der Tür ja ich hab da hinten aufgemacht dann an der Tür ah da hinten ok ja sag ja noch die wirklich nicht ohne diese blöden zombie polizisten aber ich sehe aber ich sehe loot nicht aber ich sehe deine Taschenlampe hä ok hm wo ist der loot ja den hat es wahrscheinlich in die Luft gesprengt ne na ich hab es gefunden ok den loot gibt es weil ich hab hier ja ich hab da loot gefunden keine Panik der ist direkt neben bei dem Motorrad ja weil ich bin auch direkt daneben verreckt also der der muss wahrscheinlich in die Luft geflogen sein ich konnte nicht weg mhm ok ja jetzt musst du den Weg laufen ja und kann ich wegen Sport treiben wird mir warm vielleicht dabei wäre denkbar äh wo kam die denn jetzt da her what ja hm ok hier oben ist alles sauber da muss irgendwelchen Ecken ah lalalala nee 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 das ist jetzt erst zweiter Tod aber diesmal halt durch nen Zombie andere war ja meine Dummheit mhm ok ich hab die Bibliothek gefunden oh scheiße ich hab auch so nen Bulle ja Vorsicht ne wirklich vorsichtig ich hab Hunde nein Hunde das ist ja noch der Bulle ist runtergefallen alles klar ich hab jetzt keine Munition mehr ok der Bulle ist tot vielleicht hat er ein bisschen Munition hinterlassen ja wenn er tot ist ist gut wenn er die Luft gejagt hätte dann kriegst du gar nichts mehr von ja ich hör ich kann keine Munition mehr herstellen ich hab meine ganze Munition verpäffert ey scheiße keine Federn nix oh scheiße da ist noch ein Bulle ja nix ich hab ich hab mit der Zeit jetzt ach ich muss mir deine Pfeile nehmen ich hab hier echt schlechte Karten ich weiß jetzt auch nicht wie viele meine Munition auch genommen es war nur ein Hund gewesen ok ey ich wirst mir deine Pfeile nehmen die Hälfte davon Pfeile naja ok ich hab ja auch noch hier äh ich hab das nie merken 62 oder naja man kann Paut gebogen gibt jetzt auch langsam den Geist auf wehfalls ich hab jetzt die Bibliothek gefunden mit viel viel Glück ist dort auch ähm ja die Geschichte mit dem Chemie Teil drin mit dem Chemieofen wahrscheinlich weniger aber naja Hoffnung stirbt zuletzt ja das stimmt oh scheiße wo ist der Bulle hin jetzt ist mir wieder kalt natürlich nichts anhab ah der hat sich hierhin versteckelt au 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 gut ich glaub du musst mir gleich helfen komm ah verfolgt jemand und ich kann nicht mehr rennen ok ja ne das war's glaub ich gleich eh wieder ja nicht weg ok ja ich verblute nämlich jetzt ja dann war's bis du jetzt da verblutet oder was war denn hinter dir gewesen ja weil hinter mir so ein scheiß Holzverleiher war und nicht wegrennen ach so shit ey oh naja wie viel hält denn der aus oh jetzt ist er tot oh wow 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 ok so darf ich jetzt endlich die Bibliothek begutachten nein weil er wieder so ein scheiß sleeper ist Was ist denn hier los? Oh man, da ist noch ein Bulle. Okay, das ist jetzt... Da ist noch einer. What the fuck? Wo ist denn der her gespawnt? Bullenhausen. Ich werde sterben. Auch? Auch schon an. Alter, da sind vier Polizisten drin. Wie ist denn das möglich? Boah. Boah. Nur in dieser beschissene Bibliothek. So besonders ist die auch wieder nicht. Oh Gott, ey. Gott sei Dank, er ist explodiert. Okay. Puh, aber ja, wie gesagt, es sind vier Stück hier. Das ist ein Kraus. Ähm. Wo ist der andere jetzt da hin? Äh, ah, da oben ist er. Oh, der ist tot. Wo kommt denn der her, verdammt? Da ist ja noch einer. Hä? Alter, was ist denn das für ein Spawnpunkt, ey? Wieso sind denn hier fünf Stück... Ja, hm. Versammlung? Ja, aber doch nicht so. Sankt, da hat der Spawner mal wieder Mist gebaut. Das ist der größte Scheiß. Wenn ich jetzt da hingehe und noch diesen Bullen hier erledige. Das sind 100% schon mal vier weiter da drin. Ey. Ich hab gleich noch mal keine Munition mehr. Ja. Ja. Genau. Anyways. enrolled in netepa sis. Ja. 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 So, wenn jetzt noch mal ein Bulle da ist, dann verstehe ich den Spawn nicht. Ja, die spawnen dort. Die spawnen dort. Die spawnen dort, okay. Das heißt, die Bibliothek kann ich vergessen, weil direkt, wie ich reingehen wollte, ist dort einer gespawnt. Ah, nee. Ja. Ich dachte schon, wo kommen die in allen gar her? Bist du unterwegs nochmal, oder? Ja, ich bin wieder unterwegs. Ich muss ja noch mein Moped wieder auf jeden Fall haben. Mhm. Ja. Hallo, lieber Holzfäller. Ähm. Ich habe schlechte Karten für dich. Ich habe nur noch ein bisschen an Schussmonition. Okay. Das war's. Okay. Aber jedenfalls mein Compound-Bogen wurde zerstört. Da hinten ist ein Hund. Toll. So. Scheiße, ey. Also, ich würde sagen, die Stadt mag uns nicht. Nö, definitiv nicht. Ach, shit, ey. Okay. Ach, shit, ey. Oh, cool. Ich habe Gewitter. Äh, wie? Also, bei mir, äh, hier zu Hause, ne? Ach. Das ist nicht gut. Ich hoffe mal, dass jetzt, äh, die Verbindung nicht, äh, ja, zerstört wird. Ah. Hm. Hast du noch Essen und Nahrung bei dir? Ja, in meinem Inventar, wo es da irgendwo liegt. Ach so. Mensch, komm mal vorbei. Da gebe ich dir ein bisschen was. Jetzt vor der Abreise noch mal gestärkt, aber ja. Ja, das kannst du vergessen. Ich glaube, ich sehe dich. Ich sehe dich auch schon. So ein dunkler Punkt, der da irgendwie näher kommt. Sag mal, du läufst mit dem Motorrad mit. Ja, ja, das ist aber Standard. So, ich habe erstmal was zu essen. Hier hast du was zu trinken. Hier hast du Bier. Ich glaube, Bier macht für mehr Ausdauer. Macht Ausdauer, ja. Ich habe jetzt vorher aber Kaffee getrunken. Ja, gut, das geht auch. Ja, danke schön. Ja, ich habe den Chemietisch leider nicht gefunden, beziehungsweise die Geschichte. Ja, du konntest ja nicht weiter in der Bibliothek gucken. Aha. Immer schön dazu sage ich, in der Bibliothek. Ja. Dambi-Kopf, das ist halt ein hartes Brot. Jetzt sitzt du ja normal drauf. Also vorhin bist du aber mit dem Ding hergelaufen. Ja, das ist ein Packers, das der, wo nie behoben worden ist oder wird oder sonstiges. Ja. Ja. Mit der Hoffnung noch einen Oh. Kühler bekommen, okay. Sehr schön. Naja, gepresst. Oh, ich hab einen Motor bekommen. Haha, kleiner Motor. Einen 77er, na toll. Ach, toll. Naja, gut. Naja, könntest du aber kombinieren. Da kann man den Motor ein bisschen aufmotzen in der Bergbank vielleicht. Naja, die kannst du ja kombinieren. Ja. Kommt darauf an, wenn der andere natürlich beschädigt ist, was eine Schutzbrille. Okay. Wenn der natürlich beschädigt ist, dann wird er nur repariert eigentlich. Ja, je nachdem. Repariert und aufgewertet. Äh, ja. Da kämen wir wieder gleich zu Hause. Nach Hause, wenn du wieder, ähm, ja, das Moped hast. Kannst du ja was Gutes kochen. Mhm. Sonst noch wünsche? Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ah, je. Nee. So, ich gehe wieder zurück. Oh, da bin ich durch die Welt gefallen ein bisschen. Äh. Hm, egal. Also ich finde das immer noch ein bisschen, dass es so zittert mit dem Motorrad. Das ist unglaublich. Ja. Ja. Wir haben noch eine Rechnung offen, Herr Holzfäller. Ja. Ja, wer ist jetzt hier der Chef? Ja, gleich wieder zu Hause. Ja. Ja, ja, ich weiß, du hast kalt. Ja, ich krieg's hier wieder warm. Tup, du, tup, tup, du. Gut, ich glaube jetzt dadurch, dass ich da nochmal verreckt bin, ist mein erstes, äh, Backpack kaputt gegangen. Nee. Ist es nicht. Ja, ich finde es aber nicht mehr. Ah, hinter dem Motorrad. Da liegt nichts mehr. Jetzt ernsthaft? Ja. Okay. Das ist jetzt richtig scheiße. Das ist blöd, ja. Oh je, oh je, oh je. Aber so ist's. Sagen, so wie's halt ist. Ja, das ist jetzt aber ein bisschen doof. Ja. Das ist jetzt ganz schön doof. Ja, das heißt halt neu ausstatten. Mhm. Bogen, neuer Axt. Ah, warte. Hm. wir haben ja eigentlich wieder neu bauen was dann also eine picke und und ja sicher das ist kein problem achst das ist kein problem auch ein schraubenschlüssel bauen auch so schraubenschlüssel ich habe welche ich habe schraubenschlüssel naja moment immer aber nicht sicher oder ich habe ja damals dann ich habe mir eingebauten da habe ich leider eingefunden gab damals mit genau wie gesagt die anderen sagen ist ja kein problem ganz herstellen ich jetzt gerade mal zurück und wird schon wieder zeit denke ich mal jawoll richtig genau gut ja wenn euch die folge gefallen hat lasst uns einfach leichter und abo und dann sehen wir uns zum nächsten mal wieder also bis dann tschüss